Einen Bären engagieren. Einen sehr dummen Bären. Also, ey, zufälligerweise wurde nach einem Gespräch, hab ich immer so ein Klacken in der Leitung gehabt. Ich sollte allgemein viel weniger quatschen, die Deutschrap-Welt. Get up, ich bin 3plus, es ist wieder das Season. Wir sind hier bei Stoked. Was würde 3plus tun? Ich weiß es auch nicht, lass uns rausfinden. Entweder nie wieder Heuschnupfen oder nie wieder Grasrauchen. Was würde 3plus tun? Natürlich nie wieder Heuschnupfen. Also, ich hab die Wahl, ob ich nie wieder eine Allergie hab oder ob ich nie wieder kiffen darf. Ja, nie wieder Allergie. Oh mein Gott, nie wieder Allergie. Ich würde richtig viel tun für nie wieder Allergie. Ich hab das jedes Jahr, dass die Sonne rauskommt, ich mir denke, boah, wie schön. Und ein paar Tage später check ich wieder, warum ich es nie genießen kann. Shoutout an alle Allergikerinnen da draußen. Du darfst für den Rest deines Lebens nur noch ein einziges Schuhmodell tragen. Was würde 3plus tun? Oh mein Gott, ich würde genau den hier tragen. Das sind so, ich weiß nicht, ob man es kann. Welche Kamera? Ich versuche mal ein... Das sind so Adidas, Torsion, irgendwas heißen die. Die sind super bequem und ich mag so Schuhe, die ein bisschen aussehen wie so Astronautenschuhe einfach, als könnte man damit auch zum Mond fliegen. Die fühlen sich super bequem an, sind nicht zu warm, nicht zu kalt. Die kann man auch bei hohen Temperaturen tragen. Die würde ich für immer tragen, freiwillig eigentlich. Wenn die für immer halten, trage ich die auch für immer. Gibt es einen Schuh-Trend, den du gar nicht verstehst? Das ist ein bisschen so eine offensichtliche Antwort, aber liegt auch auf der Hand. Diese Croc-ähnlichen Yeezys jetzt, oder was ist das so? Die sehen, ey, also ich will es gar nicht haten oder so, ich verstehe es nur nicht. Und ich bin da raus, die sehen aus wie so, die erinnern mich an so Steine oder so. Die sehen irgendwie aus wie bei den Flintstones, so ein bisschen, finde ich. Keine Ahnung, mega unförmig. Ich war aber auch noch nie in einem von diesen Schuhen drin. Vielleicht sind die auch super bequem. Keine Ahnung, aber verstehe ich nicht. Dein außerirdischer Homie lebt in deinem Keller und du hast ihm ein paar Rap-Alben und Interviews gegeben, um die Kultur kennenzulernen. Am Abend fragt er dich, warum Flair und Bushido Streit haben. Was würde 3plus tun? Die Lage ist verzwickt. Es gibt keine einfache Antwort da drauf. Ich würde ehrlich gesagt sagen, interessiert dich nicht viel mehr, dass Flair jetzt irgendwie Shindys Babyblown Bentley kaufen will? Lass uns darüber mal reden. Wie wichtig ist das für Shindys Charakter-Art gerade? Ich bin bekennender Shindy-Fan und ich freue mich wahnsinnig auf das nächste Album, weil da passiert gerade eine Menge. Ich finde, Flair und Bushido ist eigentlich sogar richtig langweilig und da könnte man eine Netflix-Serie drüber sehen und ich würde einschlafen. Gibt es ein anderes Rap-Ereignis, worüber deiner Meinung nach mehr geredet werden müsste? Ich finde, man sollte ein bisschen mehr Druck auf diese Boxkämpfe legen, dass die jetzt auch wirklich passieren. Da sollte man jetzt nicht nachlassen. Ich finde, da gehen wir in eine richtige Richtung, so Pay-Per-View-mäßig. Leute sollen sich den Kopf einhauen und dann vielleicht danach die Hand geben, vielleicht werden die Freunde oder so. Vielleicht ist das ein Weg, diese Differenzen zu überwinden. I don't know. Dein bester Freund fragt dich, ob ihr heute zusammen Fußballspielen gehen wollt, aber deine Costa-App sagt, dass du schnell in flammbare Situationen heute meiden solltest. Was würde 3plus tun? Vielleicht würde ich vorher nochmal eine Runde in mich gehen und sagen, ist alles nur Spaß, alles nur Sport. Ich nehme das manchmal so zum Anlass, einfach nur so ein bisschen inspiriert zu werden zu irgendetwas. Ich nehme das gar nicht so ernst, sondern es ist mehr ein, wenn da irgendwas für mich drinsteckt, wenn mich irgendetwas anspricht, dann versuche ich das in meinen Alltag vielleicht einzubauen oder so. Ich würde wahrscheinlich nicht Warzone spielen an dem Tag, so. Ich würde die Playstation auslassen, auf jeden. Guckst du öfter in die Costa-App? Ja, ja, ich schäme mich ein bisschen. Ich schaue da öfters mal rein. Da stehen aber auch manchmal einfach gute Sachen. Die von mir aus können die auf jeden zutreffen, mir egal. Für mich treffen sie auf jeden Fall auch zu. Nehme ich dankend an, so. Bist du in dem Thema Horoskope und Sternzeichen drin? Nein, ein bisschen vielleicht. Ja, ey, welche Sachen treffen schon zu? Ich bin, wer da? Mit Aszendent und Dingsblums, beides Wassermann. Ich bin ein bisschen drin, aber ehrlich gesagt, jetzt, wenn zum Beispiel jemand kommt und sagt, ich bin Krebs, dann verbinde ich damit jetzt erstmal nichts zu Krebs. Keine Ahnung, ich weiß mal ein paar Sternzeichen, weiß ich irgendwas. Über die Sternzeichen von meinen besten Freunden zum Beispiel weiß ich eine Menge. Nein, eigentlich bin ich nicht drin. Ich bin nur mit meinem eigenen Sternzeichen drin. Wer da? Du triffst dich mit Rata für ein Label-Gespräch und bemerkst in den nächsten Wochen, dass deine Telefonate ein Echo haben. Was würde 3plus tun? Gespräche sehr kurz halten, sich sehr unwohl fühlen. Warst du schon einmal in so einer Situation? Ich war tatsächlich schon mal in so einer Situation. Es ist ein bisschen unangenehm, weil ich weiß gar nicht, ob ich darüber reden darf. Ich würde jetzt nicht Rata in irgendeine doofe Situation bringen oder so, darauf angesprochen zu werden. Oder dass Rap-tastisch morgen eine News daraus macht oder so. Boah, haben die schon gemacht, ist egal. Also, ey, zufälligerweise wurde nach einem Gespräch, habe ich immer so ein Klacken in der Leitung gehabt die ganze Zeit. Manchmal eine Rückkopplung, manchmal habe ich niemanden gehört. Manchmal habe ich das Gefühl gehabt, ich höre irgendwen anders so, aber habe auch gleichzeitig gedacht, das sind so Agenten. Filme in meinem Kopf. So läuft das doch nicht. So hören Leute doch nicht Leute ab. Das läuft doch viel schlauer. Im Rückblick glaube ich ehrlich gesagt, dass es das war. Das ging so zwei Monate und dann war es vorbei. Ich weiß auf jeden Fall nicht, wo das Gold ist. Wenn ich es wüsste, würde ich es nicht sagen. Clubhouse hat ein Revival und alle deutschen RapperInnen sind dort aktiv. Du sollst als Moderator ein Thema eröffnen, über das die Rap-Welt diskutieren soll. Was würde 3plus tun? Gar nichts. Ich würde gar nichts tun. Clubhouse hat mir Panikattacken gegeben. Ich war da zwei Tage, glaube ich, jeweils wirklich so fünf, sechs Stunden den Tag über verteilt. Und das hat mein Kopf richtig Matsche gemacht. Ich war irgendwann auf einmal in so einem Clubhouse-Talk mit Joko Winterscheid und so drin. Und war da auch Moderator und so. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich da reingeraten bin. Und das alles hat so richtig meinen Puls. Einfach nur so, was ist das hier? Wir quatschen die ganze Zeit über irgendwas. Ich rede die ganze Zeit mit tausend Leuten und so. Ich weiß nicht, das war totaler Overload. Gar kein Bock. Auf gar keinen Fall. Clubhouse kriegt mich nicht zurück. Und mein Ad kriegen die auch nicht. Ad Jens Spahn wird weiter gesaved. Ich lösche meinen Account nicht. Ich behalte das Handel. Wenn du ein Thema bestimmen könntest, worüber sollte die Deutschrap-Welt mehr reden? Ich sollte allgemein viel weniger quatschen, die Deutschrap-Welt. Es braucht echt nicht noch mehr. Boah, eher ein bisschen weniger. Die Leute, die wirklich was zu sagen haben, sollten ein bisschen mehr Space bekommen. Die Leute, die nichts zu sagen haben, sollten sich ein bisschen mehr im Hintergrund halten. Du kannst dich entscheiden zwischen deinem alten Opel Corsa und einer Bahncard 100. Was würde 3plus tun? Bahncard 100. Niemals wieder der Opel Corsa. Man kann damit überall hinfahren. Ich glaube, man hat sogar Verkehr einer Stadt frei. Was das für ein Gefühl ist, so den Kontrolleuren gegenüber. Also ich lasse mir immer Zeit. Das ist auch mein Tipp an alle da draußen, an alle ehrlichen BahnfahrerInnen. Bitte Zeit lassen, beim Ticket suchen, falls jemand kein Ticket hat um euch herum, damit diese Leute vielleicht noch rauskommen oder so. Aber wie lange man dann sucht... Oh nein, ich hab... Wo ist denn jetzt meine... Fuck, ich hatte es doch gerade noch. Ach ja, hier, Bahncard 100, du Penner. So ungefähr würde ich das machen. Das geht mit dem Corsa nicht so gut. Ein alter Fan schreibt dir immer wieder, wie cool er deine alten Sachen findet, weil du dich da noch getraut hast, zu sagen, was du denkst. Was würde 3plus tun? So tun, als hätte ich es nicht gelesen. In den Allgemeines Ordner packen auf Instagram. Einfach da hinten tun. Und nie wieder reingucken. Mega angenehm. Dein erster Gig nach ewiger Pause durch die Pandemie ist eine Einkaufszentrumeröffnung. Was würde 3plus tun? Prinz Pi auf die Bühne holen. Hatte ich vor ein paar Jahren nochmal eine neue Version von Du Hure gemacht, von diesem legendären Song von ihm. Ich würde den mit ihm zusammenspielen und versuchen, so Backups zu geben. Ich würde mich auch ein bisschen kleiner machen, damit er sich nicht eingeschüchtert fühlt oder so. In welchem Einkaufscenter würdest du auftreten? Allee Center Altenessen bei mir in der Hood. In diesem Einkaufszentrum habe ich sehr viele Stunden verbraucht. Es wäre mir eine Ehre dazu spielen. Ich mag die Vorstellung davon, mal irgendwann so ausgebrannt und out zu sein, dass ich im Allee Center Altenessen spiele. Einer meiner letzten großen Gigs, bevor es richtig bergab geht. Du kannst entweder Spotify oder Deutsche Wohnen enteignen. Was würde 3plus tun? Ich würde Daniel Eck überreden, Deutsche Wohnen zu kaufen. Und dann würde ich Spotify enteignen. Ich finde die App voll gut. Ich finde es eigentlich ein bisschen komisch, dass man das so dazu sagen muss, dass man jetzt nicht hatet, aber die zahlen nicht fair. Ich finde, das ist nicht nur eine Sache, die einen selber jetzt so, ob es bei einem selber läuft oder nicht, das sollte dabei zweitrangig sein. Selbst wenn es bei dir läuft, das könnte noch viel besser laufen. Selbst wenn du 2 Millionen monatliche HörerInnen hast, du könntest damit doppelt so viel Geld verdienen, wenn die so viel bezahlen würden wie andere Anbieter, die nicht der Marktführer sind. Die sind in so einer Position, finde ich, in der sie einem die Pistole auf die Brust setzen können. Wenn du ein Problem hast, kannst du doch einfach gehen. Niemand hindert dich daran, deiner Musik bei uns runterzunehmen. Aber darum geht es ja nicht. Ich will, dass der Marktführer so viel bezahlt wie andere Anbieter, die nicht der Marktführer sind. Und dass Drake am Ende des Monats nicht Geld von meinen Streams bekommt. Kann man aber jederzeit ändern, ne? Spotify, wir können jederzeit wieder Freunde werden. Das muss nicht so sein. Lass uns von vorne anfangen. Du findest eine Vinyl-Erst-Ausgabe von Versager ohne Zukunft von Kamp und Wiz Vienna, die mitten auf einer Bärenfalle liegt. Was würde 3plus tun? Einen Bären engagieren, einen sehr dummen Bären. Guck mal. Da unter der Platte. Ich riech das doch. Da ist doch irgendwas. Da ist doch ein kleiner Honigtopf. Guck doch mal kurz nach. Dann habe ich versuchen, die da rauszufischen, sobald die Falle zugeschnappt hat. Wahrscheinlich will ich das machen. Du musst entweder bei Feuer über Deutschland 2022 oder bei VBT, The Next Generation, mitmachen. Was würde 3plus tun? Nicht mehr ans Telefon gehen, ganz ehrlich. Man braucht nicht immer einen großen Plan. Es reicht voll oft, um Sachen zu lösen. Auf keinen Fall. Nee. 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 Es ist wahrscheinlich viel besser, als es mal war. Aber es hat mich einfach verloren. Vielleicht haben sich meine Prioritäten geändert. Seitdem ich entdeckt habe, oh mein Gott, es gibt so viel Musik, finde ich BATALRAP vielleicht ein Stückchen langweiliger. Weil es ist immer die gleiche Scheiße, immer die gleichen Leute, die immer die gleichen Sachen sagen. Und das liegt auch in der Natur der Sache. Du kannst das nicht neu erfinden. Was willst du denn gegenüber jemand anderem sagen? Auf wie viele Arten willst du ihm noch sagen, dass er blöd, hässlich ist oder lame irgendwie? Trotzdem Shoutout an alle BATALRAPPER, die ihr Ding machen und die ich nicht auf dem Schirm habe. Keine Ahnung, ich will es gar nicht haten. Ist nur einfach nicht meins. Dein Homie fragt dich nach deiner Skincare Routine. Was würde 3plus tun? Ich würde es annehmen, um es ein für alle Mal zu klären. Nach München soll ich kommen? Alles klar, komm, ich komme nach München. Wer ist denn diese Hotdogs, Digga? Und dann ist das Ding durch. Was war die letzte verrückte Nachricht, die du bekommen hast? Ich habe schon, ehrlich gesagt, so alles Mögliche bekommen. Also natürlich gibt es auch schöne, so wilde Nachrichten. Leute, die sich was tätowieren und so weiter. Das finde ich immer richtig krass. Was war das verrückteste Fan-Tattoo? Also was mich so ein bisschen umgehauen hat, war, dass sich jemand das Logo vom God-Complex-Album, also diese drei Plusse mit dem bösen Smiley drunter, drinnen. Und dann hat er sich auf den Hals schlichen lassen. Sieht aus wie bei Bushido. Das kann man jetzt nicht übersehen, Mann. Das würde ich auch in der Bahn erkennen, wenn wir uns irgendwo sehen würden. Ich würde dich auch auf jeden Fall ansprechen und sagen, wow. Danke, dass du da warst. Hast du noch ein paar Worte an deine Fans? Nein, ich habe sonst nichts mehr zu sagen. Hört das Album auf jeden Fall. Wenn es euch gefällt, dann kauft es. Hauptsache ihr hört es aber auf irgendeine Art. Das würde mich voll freuen, es ist mein bestes Album. Also, wenn ihr hier oben rechts klickt, dann könnt ihr abonnieren. Und wenn ihr hier oben links klickt, dann kommt ihr zum nächsten Video. Viel Spaß.